Ist dir mal was Lustiges in der Kita passiert? Hast du da irgendwie so eine... Ich frage immer, weil ich die Geschichten einfach legendär finde. Ein Mädchen hat an der Turnstange getanzt und hat gesagt, guck mal Nicole, mach ich das nicht schön? Das macht jeden Abend Mama für Papa. Ein Kind hat in der Kita um so eine Stange herum getanzt. Und dann hat sie zu ihr gesagt, guck mal was ich hier mache, das macht jeden Abend die Mama für den Papa. Okay, für euch ist es normal, okay. Wahrscheinlich sitzen die gerade drin und denken, hoffentlich war es nicht mein Kind.